Wo ist sie? Wo ist sie? Das ist die logische Wahl für das letzte Drift vs Street Racer Event. Der RX-7, der Tenno unter den Driftern. Weisst du, wie sehe ich mich jetzt gerade zusammenreißen, dass wir da jetzt die Bunternzahl schaffen. Nein! Oh doch, wir haben es doch geschafft. Oh mein Gott, oh mein Gott war das knapp. Oh oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, das war scheisse knapp. Teehaha, haa, fink deine Muttern, oder, leck mir mal was. Warte, ich glaube, ich muss eins wieder zurück. Oder doch. So, eine fahren. Ja, ist ja nicht schlecht, ich habe muß noch nie auf X drücken müssen. Dementsprechend war das jetzt gerade ein bisschen verwirrend. War ein bisschen jetzt echt verwirrend. Super. Nee, 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 nee. Aber aufpassen, wieder driften, gell, wieder gefährlicher Hase. Ich kann mir eh so relativ gut vorstellen, dass wir dann am Ende des Tages 100 Punkte haben. Mir ist nur irgendwie so in der Richtung halt. Okay, das ist jetzt auch wieder komplett anders. Der Strecken muss ich auch wieder wissen. Aha, okay, das spielt dann wieder mehr Richtung Handbremse. Okay. Okay, okay, okay. Komisch, aber okay. Ich hätte auch nur die Bremse wieder ausgenutzt gehabt, aber das wollte er dann nicht schön machen. Der Vogel ist Pflüge. Mehr muss ich nicht sagen. Doch eins noch. Zeig denen da draußen, was ein Drifter ist. Ich bin sicher sicher. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Aber passt eh, passt eh. So wie man jetzt vorne passt eh. Aber ich war mir jetzt ein bisschen sehr unsicher. Da muss ich mich aber nicht nehmen, den ersten Platz. Nicht so einfach jedenfalls. Nicht so einfach. Die Kurve war fies. Vorsicht, da kommen noch mehr. Aha. Aha, schon mitgekommen. Wir haben wenigstens noch Stellen, weil es ein paar geraten auch. Naja, okay. Ne, haben wir nicht. Ich bin noch da. 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 Wenn ich so lustig hatte, wenn der Kopf da so mitgeht. Aber ich bieke. Aha. Entscheißen geht der Haverer. Entscheißen geht. Die nächste Folge wird eng. Ja, reiß dich zusammen, reiß dich zusammen, reiß dich zusammen. Jetzt haben wir nur noch 80% vor uns. Reiß dich zusammen. Wir haben dann noch so die ein oder andere fiese Kurve dann noch vor uns. Ja, es hätte definitiv besser sein können, aber war jetzt gar nicht so schlimm. Wie jetzt irgendwie erwartet. Habe es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Sagen wir es so. Mhm. 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 Ich... Wo ist ein paar andere? Hat das ja eingehastelt oder was? Haha. Ich weiß nicht. Ich glaub das ist ja eingehastelt. Der war ja die ganze Zeit hinter mir. Okay. War nicht schlecht. So geht's auch nicht mehr. Haha. Ihr könnt den ruhig jetzt ein bisschen mehr wieder rauszuhauen. Weil 15.000? Schon ein bisschen sehr wenig Kamera. Ist ja nichts. 80.000? Das schmeckt. Das schmeckt. Erster Platz. Ja, Mann. Aber auch nur weil erster bin wahrscheinlich. Schaut aus. Mit einer Piste. Epperts. Also ist eh nicht mehr Hoverer. Na Gott sei Dank. Ich hab da auch gehabt. Sag mir nicht ab. Aber... Gott sei Dank hat er wenigstens seine Sachen an. Weil er schaut genauso beschissen aus wie er. Ein Blunt, glaub ich. Gott sei Dank hat er wenigstens ein Kapperl auf. Gott sei Dank. Ich muss ja gleich präsentieren, dass er erster ist. Ich muss ja gleich präsentieren. Hahaha. Das wär jetzt aber nicht schlecht. Das wär jetzt gut mit der Präsentation und alles. Ich schau noch ganz kurz. Können wir es sich ein bisschen einfacher machen? Hätten wir irgendwas? Ohhhh. Muaah. Perfekt. Auf ganz ganz schnelle Welle. Neues Fahrzeug. Ja Mann. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Auf köstlich schmöchtlich. Moin Digi. Servus grüßt. Servus grüßt. Servus grüßt. Wie geht's denn so? Schön, dass du da bist. Servus grüßt. Und dir auch einen schönen guten Abend. Wie ist die blöde Havre schon los, alter? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah, der hat mir glaube ich eh auch am besten gefallen von Halle. Ähm. Der hat mir eh von allen am besten gefallen. Na endlich! Er hat mal die Blitzreise auch mal freigeschalten. Na immerhin. Au. Weißt du, was sind wir denn so niemanden da am besten? Exklusive Belohnungen auch noch freigeschalten. Ja.